Genug getanzt. Hallo Leute, ich bin wieder da. Heute machen wir eine komische Challenge. Wer am meisten Zitronensaft trinken kann? So, ich presse jetzt mal den Saft. Ja, ein bisschen. Oh nein. Eine Explosion. Was für eine Explosion. Jetzt hier noch ein bisschen. Boah, das riecht schon so heftig. Mhh, lecker. Sehr lecker. Und nachher machen wir, wer am meisten abbeißen kann, ohne zu motzen. Nein, ich kann nicht trinken. So, das ist genug jetzt noch. Also, machen wir's. Auf die Plätze. Fertig. Trinken. Trinken zuerst. Jetzt bin ich... Wasser. Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt trinke ich mal. Wasser. Und das ist vor dir. Ist doch gar nicht... Wer, Matteo? Ich putze mich. Was macht er? Ich trinke. Es ist nicht mal sauer. Hey, Matteo, das ist doch nicht sauer als die Center Shocks. Wollen wir Center Shocks noch in dieses Wasser reinbringen, diese Zeugerei? Wir haben keine mehr. Wir machen... Matteo! Was ist? Du kannst jetzt alles aufputzen. Ja, mach ich ja. Hey, ist das dein Ernst? Ja, ist das. Kannst du kurz den Mülleimer aufmachen? Und du bitte den Tisch abtrocknen. Der ist schon so, du kannst damit... Ich habe etwas zum Abtrocknen. Bitte abtrocknen.